Das wäre 390 Euro. Also das wäre 139 Euro. Das wäre das erste Wochenende im Mai. Das wäre das erste Wochenende im Mai. Das wäre schön, wenn wir Freitag so viel wie möglich sind. Das wäre schön, wenn wir Freitag so viel wie möglich sind. Das wäre schön, wenn wir Freitag so viel wie möglich sind. Also das wäre schön, wenn wir Freitag so viel wie möglich sind.